hallo und willkommen bei der randale news um was geht es war mal eine brille bücherbombe leseratte brille thema bücher und zwar hat man ja jetzt recht viel zeit zum lesen ja dass man halt mal was anderes macht als fernseher gucken ja oder netflix oder sonst was kann wahrscheinlich gerade jeder macht aber da wir zeigen euch mal tolle bücher die wir haben und zwar da haben wir einerseits das you are the beef von last resort ist allerdings in englisch geschrieben also kann man sich da auch noch weiterbilden wer ein bisschen englisch kann das ist vielleicht was für den ein oder anderen zeigen möchte ich auch das von christoph heuer das engels buch weil ich einfach ganz ganz toll findet der zeichne hin und wieder t-shirts für uns wunderbar und ich finde einfach so was macht halt einfach total spaß und jede menge arbeit sicherlich auch arbeit und man lernt was sonst haben wir noch torsten dietzes erste buch ostdeutsch das zweite aber okay naja das ist aber unser erstes sein zweites und dann noch zu guter abschluss koch sperrer ich finde das muss man einfach habe auch mit sehr vielen bildern die geschichte ja bald weg auf jeden fall alle sehr schön und wie gesagt vielleicht wäre es ja was mal hat zeit vielleicht habt ihr ja mal lust drauf zu lesen gibt es wie immer alles im randaleshop.de und gut bis bald